Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Shoki Menoki Daily. Der Christian ist halt da und ich bin auch halt da. Und wir haben halt den 17. Oktober heute. Halt. Und wir haben halt auch noch ein Geburtstagskind. Ich kann mal so einen. Der hat immer eben halt gesagt. Eben halt. Eben halt. Das war bei mir immer der Herr Eben halt. Das war ein ehemaliger Arbeitskollege von mir. Aber am 17. Oktober haben wir halt ein Geburtstagskind. Eben halt. Eben halt. Und zwar Eminem. Eminem. Eminem hat Geburtstag. Hat heute Eben halt Geburtstag. Eben halt Geburtstag. Marshall Bruce Mathers der Dritte. Wie er mit bürgerlichem Namen heißt. Der Dritte? Der Dritte. Heißt er eben halt. Marshall Bruce Mathers der Dritte. US-Amerikaner Rapper. Stan hat er gemacht, ne? Zum Beispiel. Was hat er auch gemacht? The Slim Shady. Slim Shady, genau. The real Slim Shady. Am 17. Oktober 1958 kam eben halt auch mal ein Film in die Kinos. Das war Der Alte Mann und das Meer. Die erste Verfilmung von Ernest Hemingways Kurzroman. Der Alte Mann und das Meer. Hast du das Buch gelesen? Nee. Bin ich gerade dran. Ja, ist abzuschreiben. Genau. Spencer Tracy war eben halt mal in der Hauptrolle. Okay. Genau. 17. Oktober. Fakt des Tages. Auf Instagram wird pro Sekunde etwa 30.000 Mal geliked. 30.000 Mal. Pro Sekunde. Also eins und jetzt haben irgendwo in der Welt 30.000 Leute gesagt, finde ich gut. Ja. Also da müsste noch mal ein paar Leute bei Instagram auf den Shoki Banoki New Television Kanal gehen. Also wie heißt das bei Instagram? Heißt das Account? Account. Profil? Profil. Genau. Könnt ihr drauf gehen und könnt ihr auch mal liken. Auch mal 30.000 Mal. 30.000 Mal liken. Ding, 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 ding. Alles, was da so... Macht mal. Alles, was da so... Alle Beiträge heißt das ja bei Instagram. Genau. Genau. Ding, 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 ding. Könnt ihr eben halt mal so liken. Ja. Was meinst du, wie mir das auf den Sack ging? Der hat immer eben halt gesagt... Ich kann es mir vorstellen, was geht mir jetzt schon nach... Immer, immer. Ich hatte mal einen Prof, der hat immer entsprechend gesagt. Ja, das war... Ich habe ja studiert. Ja. Und er hat bei seinen Vorlesungen, hat er... 90 Minuten Vorlesung. Ja. Hat er... Ich habe mitgezählt. Ich habe ja Strichlisten gemacht. Hat er 120 Mal hat er entsprechend gesagt. Ja, dann nehmen sie hier diesen Faktor entsprechend und können den da einsetzen entsprechend und dann können sie entsprechend hier so entsprechend... Das geht ja so auf den Sack. Du kannst irgendwann nicht mehr zuhören. Und ich habe nur eine Stunde lang zugehört. Und da habe ich 120 Striche gemacht. Musst du mal reinziehen. Das ist ätzend. Ja. Das ist ätzend. Naja. Eben halt. Das ist eben halt ein bisschen ätzend. Ja. Ja. Das war jetzt eine kleine Anekdote mit ein bisschen Fakt am 17. Oktober. Wir sehen uns morgen wieder am 18. Oktober. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gemundet heute. Da könnt ihr den Kanal auch mal abonnieren. Freundlich gefragt. Alter. Was ist du heute? Wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi. 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 Tsch